herzlich willkommen hier bei mir beim opa mit einer weiteren folge transport fifa 2 genau letzte folge hatten wir den bahnhof hier gesetzt weil ich möchte diesen extremen lkw verkehr von hier nach da im zug erledigen und den lkw ist dann auf diese strecke begrenzen auf diese strecke ist nicht mehr ganz so weit ist zwar immer noch er weiß aber weniger als die hälfte und wir können hier dann die lkw ist auf dem rückweg können die hier werkzeug abladen was wir dann mit dem zug nach neunkirchen bringen neunkirchen muss natürlich noch einen bahnhof erhalten sehe ich gerade ist noch gar keiner kommt dann später alles andere ignorieren wir jetzt mal hoffe ich zumindest so frage wie kriegischen zug hier hin hier mit dem hier mit genau das läuft gut so weit so gut jetzt brauchen wir natürlich hier eine anbindung mit einem großen einer großen lkw station die frage machen wir plattformen zwei und machen die gleich mal richtig schön lang kriegen wir hier die verbindung so hätten wir die und machen gleich eine zweite ausfahrt natürlich dran zack so das hätten wir schon mal salue kriegt schon mal gleichen neuen namen bahnhof enter und das ding kriegt salue ost salue wkw ww damit ich weiß können wir auch konfigurieren ja werden wir auch müssen ich glaube das hier waren nicht sehr clever was ich jetzt hier gemacht habe aber wir haben vier da muss ich finde das wirklich mal irgendwann so ist hier werden wir sehen oder wird einiges wird einiges um als unbeschlagt platz dienen terminals 300 und 720 jeweils mal gucken ob es ausreicht naja wir müssen groß denken das passiert nämlich sehr gerne dass man nicht groß genug denkt bei dem spiel hier so eine gute straße hier ran mit allem jawohl wer weiß ob hier irgendwann noch mal so wir könnten das ganze hier an die kreuzung anschließen wird mir auch tun die verbindung hätten wir dann schon mal was haben wir hier noch wir könnten auch hier schon mal infrastruktur mäßig infrastruktur mäßig besser so gemacht nur gut egal hier geht es vielleicht irgendwann mal weiter vielleicht sogar jetzt schon zumindest als unterstützung wenn es hier mal los geht in salue jetzt so ein riesen bahnhof bekommt und umschlag platz und sollte das auch funktionieren so damit werden wir eine neue linie einrichten fangen wir an mit lkw ja da muss ich jetzt gucken das sollen wir vielleicht den rückweg hier schon mal ne ich nehme einen teil von dieser ganzen meute hier und schicke die auch die linie problem ist nur ich habe noch keine zuglinie nach muss das ganze jetzt richtig von hinten nach vorn aufbauen quasi damit das auch funktioniert dafür brauchen wir hier ein bahnhof in neunkirchen und wenn ich dran vorbei und zwar auch erstmal wieder im güterbahnhof den wir dann komplett umdrehen der sitzt natürlich jetzt nicht gut wir könnten ihn aber auch hier hinsetzen sitzt er auch nicht gut aber die straße hier könnten wir verändern kurze Wege und der bahnhof könnte dann eventuell tatsächlich nachher mitten in der stadt sein wenn die sich hier hochentwickelt mal gucken gucken die straße werden wir ändern ja das machen wir auch dann kann man nämlich den bahnhof hier einfach mal hier hinsetzen das spiel will nicht so wie ich wir machen das machen aber auch gleichzeitig das und auch noch mal gleich das bisschen versetzt oder und ziehen dann vielleicht sogar gleich die parallele hier oder das sieht nicht gut aus gefällt mir nicht gut erreicht erstmal wir ziehen die dann nach innen 71 ist ein bisschen ja egal so damit das ganze auch später mal weiter laufen kann wer weiß was da noch alles kommt einmal das und dahinter gleich wieder ein kreuz das nicht funktioniert hier geht es ok was brauchen wir für signale brauchen wir signale wir brauchen signale sonst könnte es hier ein problem werden einmal hier noch hier einmal hier einmal hier und vielleicht auch einmal da das quatsch das war quatsch das letzte sollte auch nicht so sein sollte eigentlich so sein damit hier keine probleme entstehen und hier dann auch noch mal so für den fall und hier dann auch noch mal in aber in die richtung denke das ist okay so ist das vor dem kreuz schien kreuz ja gut somit ist hier schon mal angeschlossen allerdings brauchen wir dann natürlich noch ein paar bindungen ich überlege jetzt gerade auf die straße hier lassen soll was macht denn der hier überhaupt ist das ötv genau ötv 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 ähm moment machen wir anders ich mache hier eine schöne große straße von hier rüber von hier rüber ja und dann hier hier ran das ist aber kein schöner bogen erst mal und gucke also tram gleis genau habe ich nämlich gerade so gedacht die sind nämlich noch nicht hier tram gleis habe ich das jetzt nicht für tram gleis gemacht Oberleitung ok gut so wird es erreicht dann kann die straße hier nämlich weg komplett kein mecker kein mecker ne das werden wir dann ja haben wir wieder eine böse ecke drin macht aber nichts so soweit so gut jetzt brauchen wir hier natürlich eine anbindung an neunkirchen ich hoffe ich will wollen die überhaupt so viel aufwand für 48 werkzeuge rammstein ist versorgt rammstein ist versorgt ah hamburg will keine noch nicht zumindest ja ob das hier jetzt so sinnvoll war weiß ich noch nicht P48 werkzeuge da muss ich aber noch irgendwas dazu tun irgendwann wo mein geld ist auf 50 millionen 64 steigt schon wieder ich habe ein bisschen geld ausgegeben so ist es ja nicht so dann werden wir anschließen hier mit einem ja das machen wir jetzt mal wieder in kleiner muss nicht so riesig sein aber die verbindung machen wir mit einer straße so warte moment machen wir so und hängen das gebäude hier so ran genau bisschen gerade und das schließen wir direkt hier können wir dann in die breite gehen ich denke von der länge her ist das ok schlimmstenfalls ja gut so dann machen wir hier ich meine das ist jetzt auch nur da kommt mit sicherheit noch einiges dabei dann ist das ja sehr wenig was hier passiert ziel ist es dass die stadt hier jetzt erstmal wächst ja ok ok gut soweit dann ähm moment bin ich jetzt verwirrt ein wenig macht nichts neue linie von da nach da nennen wir LKW Werkzeug oder wie habe ich das Ganze gemacht HVO RAM WKZ WKZ Werkzeug Werkzeug genau so das hätten wir der wartet natürlich hier bis er voll ist sonst ist das Quatsch Lade vorladen einer Fracht und ausschließlich Werkzeug erstmal entladen alles von mir aus so die Linie steht wir brauchen da jetzt noch ein LKW wo haben wir denn hier die nächste hier können wir hier ein LKW kaufen nee das ist Zug ja jetzt sehe ich es auch das ist auch Zug bauen wir hier eine LKW Station hin nächste ist zu weit weg komm Gebäude eine Straßenfahrzeugdepot genau machen wir es gleich hier hin so Fahrzeug kaufen P48 der kann 32 erstmal eins und dann sehen wir weiter kommt auf die Linie LKW ZDFGH IJKLM RAM Werkzeug zack so die Linie steht schon mal jetzt brauchen wir einen Zug erstmal Linie Linie von ja jetzt muss ich gucken mit den Waggons da muss ich die das mache ich so ungern Linie Linie neue Linie von hier der wird jetzt auch gleich mal umbenannt nach Bahnhof Salloy nach Neunkirchen vielleicht können wir da auch tatsächlich einen Schlagplatz machen mal gucken ob wir das nachher dann irgendwie zusammengefasst bekommen so Linie steht so Linie steht Metz Behalf Neunkirchenabzweig Behalf so zack soll der jetzt irgendwo warten ich glaube das macht nicht viel Sinn außer hier Linie verwalten da muss ich noch einen Namen geben ne Zug Zug habe ich das jetzt die ganze Zeit groß geschrieben vergesse weiß ich nicht Metz wie habe ich denn Metz abgekürzt glaub gar nicht ne Metz Bahnhof nach S L S W H F nach N H W H F So Ok Zug haben wir klein geschrieben Das muss alles stimmen so jetzt haben wir schon wieder 18 Minuten ja und hier Metz Bahnhof soll er vollladen sonst macht das keinen Sinn dass er nicht zu teuer darüber fährt und Saarlouis kann er eigentlich ein bisschen warten ne vollladen aber muss ich beobachten da müssen die LKWs hier ganz schön in Wallung kommen so jetzt brauchen wir aber noch die LKW-Linie hier hin ne oder von da fahren die jetzt etwa hier durch oh ähm ja ne 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 ist klar das war aber nicht der Plan dass ihr hier durchfahrt die nehmen aber den kürzesten Weg ne ich muss dann der Linie hier einen Punkt geben die passen noch Gebäude hin ja da habe ich halt schön schön hinbekommen ne Linie verwalten Wegpunkt Metz so die kommen jetzt von Werkzeugfabrik Wegpunkt Metz wie kann ich das irgendwie achso ja ok verstehe ähm St. Louis Verteiler ok weiß ich habe ich weiß ich gar nicht was ich damit mache jetzt ne irgendwie verteilt er hier irgendwas hier ist auf jeden Fall die Werkzeugfabrik und der fährt jetzt hier durch die ne er fährt nicht durch ich sehe es gerade sie nehmen die Umgehung gut brauchen wir nichts machen das ist ja gut obwohl das kürzer ist oder er fährt durch St. Louis ach keine Ahnung ist auch egal wir brauchen auf jeden Fall eine neue Linie die quasi die Werkzeuge von hier nach da fährt die erstmal Stahl soll soll am Bahnhof auch vollladen muss ich mir noch angucken wie das dann nachher funktioniert und soll auf dem Rückweg dann das Werkzeug mitnehmen und hier zwischenlagern wir Neunkirchen also ein Teil ob das jetzt so funktioniert weiß ich noch gar nicht was ist denn hier los Unfall oder was ich brauche hier eine Ampel unbedingt jetzt haben wir eine ne gut ja 1 2 3 4 und nochmal ja gut ich habe eine Umgehung hier zwar gut egal 120 Millionen ich weiß nicht wie wir hier die viele Kohle machen Wahnsinn läuft aber das ist die Hauptsache so Linie 2 heißt LKW LKW SLS S B H F nach S S W H Z Minus F W R mein Gott gut dann setzen wir da auch gleich ein LKW drauf haben wir irgendwo eine Station Version ja nehmen wir die nehmen wir die wir nehmen die oh was ist denn hier los der hat ja gebraucht ewig LKW äh SLS BHF oh Gott zack die müssen erstmal stehen wenn die stehen dann funktioniert das auch so jetzt brauchen wir einen Zug jetzt brauchen wir einen Zug da geht es jetzt los wir müssen ein Fahrzeug kaufen ähm wir brauchen eine elektrische Lokomotive wird jetzt mal nicht gegeizt hier der hat 7000 kW er weiß was da noch alles dran kommt nachher ist noch viel viel Luft ne deswegen würde ich den tatsächlich kaufen der kostet zwar 27 Millionen kann ich mir gerade so leisten und Cargo da geht es jetzt los ich fahre einmal Werkzeug äh Stahl und einmal Werkzeug gibt es hier nicht alle Güter shit gut ja das ist mein Problem jetzt ne das wäre natürlich genial wenn es hier was gäbe für alle Güter gibt es aber nicht so jetzt habe ich ein Problem ich brauche ja ich brauche 2 ich habe den schon gekauft jetzt ja 4 Werkzeug da gehen drauf 6 nee 20 40 60 80 100 120 140 160 so dann haben wir der kann 13 der kann auch 20 so 3 4 5 6 7 8 9 10 immer noch gut aber ich glaube das sind das sind 200 200 Werkzeuge für da hoch bis der wieder zurückgefahren ist hat er die da oben verteilt das heißt wir müssen jetzt 63 Millionen in die Hand nehmen machen wir auch ähm Zug Moment jetzt muss ich überlegen wie heißt das Ding nochmal Zug Metz Bahnhof das ist die Linie und es gibt direkt schon Probleme ok warum kann die nicht erreichen offensichtlich wie kann denn der jetzt schon 657.000 Miese haben warum kann der nicht die Haltestellen verbinden Linie verwalten er fährt aber raus er fährt raus da ah ich sehe es ich sehe das Problem ich brauche hier eine Verbindung Moment die habe ich doch hier wo fährt er jetzt hin hier ist hier drauf so mal gucken hier muss auch noch ein auf jeden Fall noch ein kleines Ding hin ne weil der Herr blockiert mir nämlich jetzt dann sonst alles oh ne das Gleis ist ja nicht belegt quatsch der blockiert hier gar nichts der fährt nach der fährt nach Salui und von da geht es nicht weiter warum ist hier kein Anschluss da sind wir dran oder habe ich den nach vorne nicht angeschlossen das kann doch warum habe ich hier einen Fehler im in der Bahn Fehler suche Werkzeuge ja hier guck das ist nicht elektrisch macht der aber auch nicht ne das ist nicht elektrisch wieso das denn so hoch ich mache ungemaßen mit Neh. Moment, jetzt bin ich aber doch etwas verwirrt. Ah, okay. Ich weiß, man sollte hier mal ein bisschen blättern. Also das Problem wäre, wäre es jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ähm. Ah, ich bin doof. Ich habe verkehrt den Bahnhof gesetzt hier. Unabhängig davon, ja. Aber ich muss jetzt mal eben was gucken. Könnte dieser Zug mir hier noch Werkzeuge mitbringen? Dann wäre das hier nämlich alles ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, der kann das nicht. Da ist ein Ölzug. Moment, wo ist denn der andere? Ich hoffe, ich habe jetzt hier keine Probleme angerichtet. Da fährt der um. Details. Was kann der? Der kann nur shit gut. Ja, okay. Ja, das hier war doof. Lass den aber jetzt erst machen. Den Bahnhof. Ich muss den hier natürlich verbreitern. Hier ist doch das was. Blöd kann man sein. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich hier noch was dazu bekomme. Die Güterplattform und. So, sind die elektrisch jetzt oder nicht? Ich meine, das sind die, die ich verbaut habe immer, ne? Ja. Die habe ich verbaut. Die funktionieren auch. Okay, da muss ich ja noch ein Gleis ziehen. Es fängt jetzt langsam an, meine Performance hier einzubrechen, glaube ich. So. Dann werden wir die Linie hier. Die Linie verändern. Wir nehmen den Metzer Bahnhof raus. Und machen den Salui. Den hinzufügen. Jetzt geht das seltsamerweise. Und theoretisch sollte der jetzt hier. Macht er auch. Perfekt. Lini verwalten. Hier muss ich aber noch sagen, dass er hier warten soll. Obermit soll auf jeden Fall warten, bis er voll ist. Weil da machen wir jetzt gar keine. Wiese Matanten. Tunden Tenten. Entschuldigung. Er bringt mir zwei. Drei. Okay. Hier. Sollte sich jetzt was verändern. Abnehmer sollte eigentlich neun Kirchen dazu kommen. Ne. Quatsch. Was rede ich denn da? Klar. Da jetzt alles noch auf der Straße liegt, wird das jetzt erstmal noch ignoriert. Hier haben wir gesagt, Linie verwalten, warten bis er voll ist. Steht der hier? Der steht hier. Ja genau. Der wartet jetzt bis der Zug. Der jetzt hier. Ist das der? Ne. Ist der schon unterwegs? Ja, der ist völlig unterbelastet. Ich hoffe, dass ich hier keinen Fehler gemacht habe. Aber so viel Fehler kann man hier gar nicht machen. Oder wo hängt denn der Zug jetzt da rum? Da ist der. Der bringt aber ganz wenig Getreide von hier mit. Ja, die kommt ja auch nicht mehr hinterher. Die Getreidemühle da. Der verlagert hier noch genug. Aber es wird weniger. Das wird auf Dauer nicht ausreichen. Und hier haben wir einen Stau. Warum haben wir hier einen Stau? Ampelregelung haben wir. Oh Gott, ich brauche hier eine Umgehung. Das hier ist nicht gut. Nicht gut. Warum sehe ich denn das jetzt? Bringt das hier was? Könnte hier einen Kreisverkehr jetzt bauen, ne? Das würde mit Sicherheit was bringen. Das ist theoretisch machbar. Ja. Einbahn, 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 einbahn. Weiß nicht, ob das was bringt. Aber hier. Die stehen jetzt hier mit ihrem Getreide und kommen nicht weiter. So, der. Ah, ja, 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 ja. Der will da hoch. Das hier ist nicht gut. Hier muss ich was tun. Hier muss ich was tun. Zeit nah. Frage ist nur was, ne? Hier. Hier könnte man noch eine Verbindung machen. Wir fahren die zumindest schon mal da rüber. Da ist mein Zug. Mein Zug ist unterwegs. Super. Der fährt jetzt nach Saarlouis und fährt dann hoch nach Dingenskirchen. Okay. So, jetzt muss ich aber hier schon mal langsam anfangen, die LKW-Linie zu reduzieren. Sonst macht ihr mir hier keine, kein Eisen rein, ne? Würde bedeuten, der ist leer. Ist jetzt der ungünstigste. Ich nehme den. Ne, auch nicht. Ist das der Werkzeug? Stahlfabrik. Genau. Den würde ich dann sagen. Ich schicke mal ein paar Stück auf die Linie LKW. Moment. Wie heißt das nochmal? Ähm. Warten wir mal den Blick auf RS. Zack. Drei Stück schieben wir mal da ab. Ziehen wir mal da ab. Muss die nach und nach wegziehen, ne? Wird zwar langsam mehr. Zug ist hier. Ne, das ist der. Der steht hier. Warum steht der hier? Der soll hier nicht stehen. Boah, 8 Millionen Miese macht der. Warum steht der hier? Ja. Wieso hält der überhaupt hier? Der braucht doch hier gar nicht halten. Salut. Aha. Kann ich die verschieben? Ähm. Und der braucht. Ne, komm. Watsch. Der soll von Obermütz nach Saarlouis fahren. Und das hier kommt weg. So, auf geht's. Von Metz nach Saarlouis. Und Saarlouis kann er von mir aus warten. Drei Minuten. Falls da was ist. Aber vollladen werde er da nie. Boah, das hier wird nix. Das hier war nicht gut durchdacht für das bisschen, was ich hier. Dann muss ich mir noch was einfallen lassen. Okay, so. Der wartet auf das Werkzeug. Oh, weg, 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 weg. Das weiß ich noch nicht, ob das hier funktioniert. Wenn ich diese Linie jetzt erstmal einstelle. So, der hat jetzt abgeladen. Hat aber dann Gewinn gemacht. Ist auch gut so. So, und hier lagert gar nicht mehr so viel. Das ist auch gut. Der soll jetzt alles hier reinlagern. Also, wenn wir die Linie hier nach und nach Fahrzeuge verwalten. Wie sieht es hier aus mit dem Zustand? Die kommen weg. Verkaufen. Die kommen weg. Die guten. Sonst setzen wir erstmal auf die Linie. Ähm. Saarlouis. Ne. 35. Ja. Okay. Ähm. Moment, Moment, Moment. Ich hab's gleich. Saarlouis Bahnhof, Saarlouis Werkzeug Fabrik. So. Saarlouis Bahnhof Fahrzeuge verwalten. Saarlouis. Alle weg. Zack. so nach und nach müssen wir das jetzt so hinbekommen dass hier immer mehr hinkommt da wird der weg kürzer hier ändert sich erst mal nichts abnehmer was ich hier noch vermisse ist nein kirchen da müsste ich hier gar nicht wenn dann hier aber davon wird es wahrscheinlich drin sein so abnehmer lebach neinkirchen ist trotzdem nicht drin als abnehmer warum diese lkw ist die jetzt hier stehen ich muss hier nun gehung bauen das ist es ist jetzt besser geworden ja das ist schon richtig so und er wartet hier auf den zug mit wagen sehe ich jetzt noch nicht was da passiert passiert definitiv noch gar nichts der ist jetzt hier am reinfahren warum fährst du nicht durch ach so das ist zug 12 der so lang zug 12 hat jetzt werkzeug geladen okay das dauert jetzt natürlich mal weil das hier ja noch nicht abgeschlossen ist hier kommt kein werkzeug mehr hin da machen wir die ist das jetzt ist das jetzt so langsam hier klar durch den weiten wege vom fahrzeuge verwalten pass auf jetzt machen wir die linie hier komplett werde ich komplett verkaufen stahl weg so kann sein dass mir jetzt irgendetwas verbaut habe ich hatte irgendwann umschlag platz hatte muss man gleich mal gucken egal wie es ist ich werde jetzt die linie hier keine fahrzeuge mehr drauf einfach löschen linie verwalten linie weg so jetzt sollte das hier deutlich schneller gehen tut es auch so 200 von 400 er hat das noch nicht gerafft dass der da oben wäre vielleicht interessant gewesen hier auch züge dran zu hängen wir sind wieder bei 47 minuten ich glaube nicht so vor allem wird hier auch werkzeug produziert aus brettern hier sammeln sich jetzt werkzeug für lebach warum wird da jetzt niemand das verstehe ich jetzt nicht warum das jetzt oh ok naja gut hält sich ja im rahmen ne die schaffen das doch wirklich ne aber irgendwann muss da auch neunkirchen dazukommen das weiß ich jetzt noch nicht wie das funktioniert weil es wird eine weile dauern bis der zug herunter kommt das ist logistisch jetzt nicht wirklich gut muss ich sagen der hat mal gerade die hälfte ich will ihn aber auch nicht mehr fahren aha hier kriegen wir ein problem brauchen mehr kohle aber auch hier haben wir das problem voll ausgelastet und hier oben die wahrscheinlich auch transport fehlt hier noch ein bisschen das heißt hier sammelt sich ein bisschen was da können wir da noch ein lkw dazu kaufen und gucken mal wo wir noch kohle her bekommen weil das ist tatsächlich zu wenig das kritisch 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 wir brauchen ja doppelt so viel das ist das problem gut machen wir in der nächsten folge weiter 128 ja das läuft natürlich klar können wir da nicht abwechseln wenn wir noch kohle hierbei schaufeln muss ich gucken sehen wir in der nächsten folge bedanke mich fürs zugucken bis dann tschau